Wir schreiben das Jahr 1994. Weltweit dominiert das neoliberale Denken die Politik. Die 80er Jahre mit ihren breiten Debatten um Umwelt und auch schon Klimaschutz sind vergessen. Da hält in einem kleinen Ort in Hessen ein SPD-Politiker eine mutige Rede. Für viele Menschen verkörperte das Automobil Eigenständigkeit und Freiheit, aber auch Kraft und Prestige. Mit dem Erwerb von Führerschein und Auto erfüllen sich die meisten Jugendlichen ihre ersten größeren Lebensziele. Auf den Straßen wird der Autoverkehr immer dichter, Staumeldungen treten regelmäßig ein. Jeder der rund 80 Millionen Einwohner Deutschlands hat 1991 im Durchschnitt 11.000 Kilometer mit dem PKW, Motorrad, Bahn, Straßenbahn, Bus oder Flugzeug zurückgelegt. Das entspricht einer Jahresstrecke von Hamburg nach Buenos Aires. Das Auto spielt dabei die entscheidende Rolle. Heute finden über 82 Prozent der Personenbeförderung mit dem Kraftfahrzeug statt. 1989 betrug der PKW-Bestand 30 Millionen, eine Zahl die erst für das Jahr 2000 prognostiziert wurde. Im Jahre 2010 wird bei einer Angleichung der Fahrzeugdichte in Ost- und Westdeutschland der Fahrzeugbestand bei 46 Millionen liegen. Was dann? Dabei hat schon heute die Bevölkerung Deutschlands auf den Vordersitzen seiner PKWs Platz. Das Auto wird damit zum Umweltsünder Nummer 1 und ist zum größten Teil verantwortlich für den Treibhauseffekt, der seine Auswirkungen erst noch vollbringen wird. Dieser Text stammt von keinem Autohasser, nicht von einer frühen Verkehrswendinitiative, nicht von den Grünen, sondern vom Vorsitzenden der Reiskirchener Gemeindevertreterversammlung. Damit eröffnete er die Bürgerinnenversammlung am 28. Juni 1994, also vor über 30 Jahren. Seine damals genannten Zahlen über den weiteren Zuwachs des Autoverkehrs und die verheerenden Folgen sind inzwischen übertroffen. Der Automobilismus hat das Land fester im Griff denn je. Der Redner fuhr dann fort. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, diesen kleinen Exkurs, aber Sie sehen die Problematik ist komplexer als man denkt. Lösungen müssen herbei. Lösungen, die sehr vielschichtig sind, die aber oft schwer durchgesetzt werden. So sollte man zum Beispiel setzen auf die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, auf die Einschränkung des MIV, des motorisierten Individualverkehrs, auf die Entwicklung neuer Technologien, auf die Aufstellung und Umsetzung einer Kosten-Nutzen-Rechnung und man sollte die belohnen, die sich nicht des Bewegungsmittels Auto bedienen. Doch statt nun dafür einzutreten, dass solche Änderungen auch von der Gemeinde Reiskirchen endlich angegangen werden, fügte er an. Diese Lösungen können nicht in Reiskirchen durchgesetzt werden. Hier sind die Landes- und Bundes- und Europabehörden gefragt. Reiskirchen kann nur den Bau einer Umgehungsstraße fordern. Genau das war das Thema des Abends, der Neubau der B49, mitten durch die Landschaft, um Reiskirchen und Lindenstroth herum. Und so sieht Realpolitik aus, weltweit, in Deutschland, im Kreis Gießen, in Reiskirchen. Ständig werden die negativen Folgen des überbordenden und weiter wachsenden Autoverkehrs thematisiert, der Bahn-, Rad- und Fußverkehr gelobt, aber dann das Widersinnigste geplant und gemacht, was in dieser Situation denkbar ist. Neue Straßen bauen. Dabei ist schon seit langem bekannt, jede neue Straße erzeugt noch mehr Autoverkehr. Straßen bauen gegen zu viele Autos, ist wie Öl ins Feuer gießen, um es zu löschen. Wenn das Straßennetz in einer Region um 1% ausgebaut wurde, nahm in weniger als 10 Jahren dort auch der Verkehr um 1% zu. Für die Zunahme seien im Wesentlichen drei Faktoren verantwortlich, eine zunehmende Straßennutzung der örtlichen Bewohner, eine Zunahme transportintensiver Produktionstätigkeit und der Zuzug neuer Bewohner. Wenn mehr Straßen zur Verfügung stehen, werden sie auch genutzt. Die Ansprache in der Reiskirchener BürgerInnenversammlung ist über 30 Jahre her. Verändert hat sich wenig. Die Vogelsbergbahn ist weiter vernachlässigt worden. Es gibt kein Fahrradnetz und keine brauchbaren Busverbindungen der Ortsteile ohne Bahnhalt an die Kernorte, Einkaufsmöglichkeiten oder Bahnhöfe. Bauliche Verkehrsberuhigungsanlagen fehlen. Tempobegrenzungen gelten nur temporär und abschnittsweise. Für die AnwohnerInnen ist diese Situation sehr belastend, insbesondere bei einer Sperrung der A5, für welche die B49 wegen der zwei Kreuzungspunkte eine ideale Umleitungsstrecke darstellt. Wer nicht Autofahren will, kann oder darf, ist angesichts der großen Unfallgefahren auch stark eingeschränkt. Große und kleine Politik, ob in Berlin, Wiesbaden, Gießen oder Reiskirchen, haben die Menschen im Stich gelassen. Und das soll noch schlimmer werden. Noch mehr Straßen, noch mehr Autos, noch mehr Umweltzerstörung. Dieser Film informiert über das kommende Drama des Neubaus der B49 im Kreis Gießen und über die Chancen, das Desaster für Mensch und Natur noch zu verhindern. Mitten durch den Landkreis Gießen verläuft die Bundesstraße 49. Ihr westlicher Beginn liegt an der luxemburgischen Grenze, führt von dort durch Trier, später auf der Autobahn A1 und entlang der Mosel bis Koblenz. Dort geht es durch die Stadt, über den Rhein bis Montabaur, dann auf der A3 bis Limburg und weiter Richtung Osten, mal in mehreren Kilometer Abstand zur Lahn, mal direkt am Fluss. Wetzlar durchschneidet die B49 mitten in der Stadt auf einer Hochstraße, deren Abriss schon beschlossen ist. Um Gießen wird die Straße auf dem Autobahnring herumgeführt. An der Ausfahrt Grünberger Straße zweigt sie wieder auf eine eigenständige Trasse und kreuzt wenig später die Autobahn A5 mit der Anschlussstelle Reiskirchen. Hier beginnt das Teilstück, welches Thema dieses Films ist. Denn ab hier durchschneidet die Straße mehrere Ortschaften, zunächst Reiskirchen, dann das zu Reiskirchen gehörende Lindenstroth und im weiteren Verlauf noch Grünberg, Flensungen, Ruppertenroth, Ermenroth, Schellenhausen und Romroth, bevor die Straße nach 317 Kilometern und einer weiteren Kreuzung mit der A5 mitten in Alsfeld an der B62 endet. Um Reiskirchen und Lindenstroth, später auch um Grünberg, sollen Umgehungsstraßen gebaut werden. Begründet wird das mit der Belastung der AnwohnerInnen. Fraglos schränkt Autoverkehr die Lebensqualität überall ein. Allen Menschen ist zu gönnen, frei von Unfallgefahren, Lärm und Gestank leben zu können. Das gilt auch für die AnwohnerInnen an der B49, auch wenn die Belastungen im Vergleich zu anderen großen Ortsdurchgangsstraßen eher nur auf dem Niveau von Landesstraßen liegen. Trotzdem besteht Handlungsbedarf, denn für Kinder, Menschen mit Handicap und viele andere ist jedes Auto zu viel. Konkrete Maßnahmen müssen aber die Verkehrsmengen verringern, denn sonst würden Belastungen nur verschoben, beim Bau neuer Straßen sogar erhöht. Für Reiskirchen heißt das, Stärkung der parallel verlaufenden Vogelsbergbahn, bessere Busverbindungen auch in kleine Orte, ein Netz von Fahrradstraßen, sichere Schulwege und Verkehrsberuhigung auf allen innerörtlichen Straßen. Leider passiert in dieser Richtung bis heute wenig bis gar nichts. Verfolgt wird stattdessen der absurde Gedanke, durch mehr Straßen die Verkehrsbelastung verringern zu können. Im konkreten Fall der B49 ist das nicht nur ein untaugliches Mittel mit hohen Nebenwirkungen für die Umwelt und viele Menschen, die in der Nähe der Neubaustrecke wohnen, arbeiten, spazieren oder zur Schule gehen, sondern basiert auf veralteten Zahlen und nicht nachvollziehbaren Hochrechnungen, die meilenweit von der tatsächlich eingetretenen Situation entfernt liegen. Schon die im Internet zugänglichen, offiziellen Zahlen weckten Zweifel. Wir haben die Zahlen, auf denen die Planfeststellung für die kurz vor dem Bau stehende Umgehungsstraße für Reiskirchen und Lindenstruth beruht, daher nochmal überprüft und festgestellt, Die Prognosen, denen die Entscheidung zum Bau zugrunde liegen, sind frei erfunden. Die Abweichungen zwischen der berechneten Verkehrsmenge und den tatsächlichen Zahlen beträgt satte 76,62% für Lindenstruth und 61,34% für Reiskirchens Ortsmette. Anders ausgedrückt, die vermeintliche Anzahl an Kraftfahrzeugen auf der B49 wird fast doppelt so hoch angegeben, als sie in Wirklichkeit ist. Der Skandal. Das wussten PlanerInnen und Behörden von Anfang an auch selbst. Sie erstellten schon 2005 nach der ersten Zählung eine Grafik, in der die abnehmenden Verkehrszahlen zu erkennen sind. Für die Prognose wurde dann aber ein plötzlicher Knick nach oben eingezeichnet, ohne dass sich dafür irgendeine Begründung findet. Alle fünf Jahre stellt zudem Hessen Mobil, selbst eine Einrichtung des hessischen Verkehrsministeriums, also der Planfeststellungsbehörde, aktuelle Verkehrszählungen zusammen. Auch hier ist, nämlich 2005 und 2010, die Abnahme der Verkehrsmengen deutlich erkennbar. Doch damit noch immer nicht genug, die PlanerInnen zählten 2014 sogar selbst noch einmal nach. Auch hier war das Ergebnis eindeutig. Die Untersuchungen zeigen, dass die Periode einer dynamischen Verkehrsentwicklung auf den Straßen abgeschlossen ist. Die Modellrechnungen lassen im optimistischen Ansatz noch eine leichte Steigerung, circa 2 Prozent, erwarten. Alle wussten also, es gibt keine Zunahme, sondern sogar eine leichte Abnahme. Geändert hat das nichts. Es wurde wissentlich an einer falschen Prognose festgehalten. Rechtlich bedeutet das, die ganze Planung und die Beschlüsse sind nichtig. Dieses festzustellen, ist nun Aufgabe der zuständigen Behörden. Auf keinen Fall dürfen Mensch und Natur leiden, nur um Planungsbüros, Bau- und Autoindustrie Profite zu verschaffen. Bislang verläuft die B49 mitten durch Reiskirchen und Lindenstruth später auch noch durch Grünberg und andere Orte. Die Belastung für die AnwohnerInnen der entlang der Straße in zweiteile geteilten Orte ist hoch. Kleine Kinder und Menschen mit Einschränkungen können die B49 kaum eigenständig überqueren. Dennoch haben Bund, Land und Gemeinde bisher kaum Maßnahmen ergriffen, um die Lage zu verbessern. Vorschläge und Ideen gab es genügend, doch Reiskirchen hat in extremer Weise seinen Ruf als Autobahngemeinde durch politische Entscheidungen stets nur nachdrücklich untermauert. So wurden Geschäfte aus dem Kernort an die Autobahnabfahrt verlegt und sind kaum noch fußläufig zu erreichen. Eine kommunale Politik, die an den BürgerInnen vorbeigeht, ganz bewusst auf Auto und die Flächen an der Autobahn setzt. So änderte die Gemeinde jüngst extra den Bebauungsplan, um eine Bäckerei an der Autobahn anzusiedeln. Für die beiden bestehenden Lebensmittelgeschäfte im Ortskern könnte das ein Todesurteil sein. Folge, mehr Verkehr Noch schlimmer erwischte es die Ortsteile, aus denen die Läden verschwanden, ebenso Bank- und Postfilialen, mitunter sogar die Briefkästen. Arztpraxen sind vielerorts schon lange Fehlanzeige. Drittens wurde die parallel zur B49 verlaufende Vogelsbergbahn vernachlässigt und der Ort Lindenstroth nie mit einer Haltestelle angeschlossen. In Saasen wurde das zweite Gleis herausgerissen, was zu einem ausgedünnten Fahrplan und vielen Zugausfällen mangels Begegnungsmöglichkeiten der Züge führte. Eingleisigkeit, einhergehend mit fehlenden Kreuzungsmöglichkeiten nach dem Rückbau einstiger Bahnhöfe zu Haltepunkten und veraltete Technik waren in der Vergangenheit häufig Ursache von Verspätungen. Über das Bundesschienenwegeausbaugesetz waren deshalb für den Zeitraum 2003 bis 2007 rund 30 Millionen Euro für Sanierung, den Bau von Kreuzungsmöglichkeiten und die Erneuerung der Signaltechnik bereitgestellt. Die Mittel wurden aber von der Deutschen Bahn nicht abgerufen, die Pläne nicht umgesetzt. Auch dem durch Reiskirchen und Lindenstroth verlaufenden, gut ausgebauten Radweg R7 widmet die Gemeindeverwaltung zu wenig Aufmerksamkeit. Von Einkaufsmärkten oder der Grundschule gibt es ebenso keine sicheren Verbindungen zum R7 wie aus mehreren Ortsteilen. Dieses völlige Desinteresse an der Förderung des Rad- und Fußverkehrs zeigt sich an der fehlenden Ausschilderung der Fahrradwege. Auch wenn das nur ein kleines Detail ist, so steht es symbolisch für das Ganze. Fahrradwegweiser gibt es nämlich nur an den überregionalen, vom Land Hessen bzw. Hessen mobil betreuten Fahrradwegen R6 und R7. Sie zeigen die nächsten Orte entlang dieser Radrouten an. Abzweigungen nach links und rechts in naheliegende Dörfer sind in Reiskirchen und seinen Ortsteilen hingegen nicht kenntlich gemacht. Ausnahme, ein Schild auf eigene Faust, welches aber auch nur beweist, dass die Verwaltung völlig versagt. Die Gemeinde Reiskirchen nutzt ihre Potenziale zur Verkehrsverlagerung nicht und interessiert sich auch nicht dafür. Stattdessen werden weiter und in wildem Tempo verkehrserzeugende Baugebiete ausgewiesen. Die Verkehrsprobleme in der Gemeinde, also auch die Belastung der AnwohnerInnen an der B49, sind folglich hausgemacht. Und sie werden sich weiter verschärfen. Denn als ein Umweltverband gegen den Straßenneubau klagte und darauf hinwies, dass die verkehrserzeugenden neuen Gewerbe- und Wohngebiete alle im Norden Reiskirchens liegen, argumentierte die Gemeinde, dass deshalb ja die Straße im Süden gebaut würde. So bliebe mehr Fläche für Gewerbegebiete nutzbar. Arten, Biotope, landwirtschaftliche Flächen, Höfe und soziale Einrichtungen werden folglich geopfert, um den Platz für neues Gewerbe zu erhalten. Dass durch derart ausgerichtete Planungen neue Verkehrsprobleme entstehen, war sowohl der Gemeinde Reiskirchen als auch der Planfeststellungsbehörde egal. Mensch und Natur sollen nun für das Versagen der Politik bluten. Denn entlang von Reiskirchen und Lindenstoth, die beiden ersten Orte an der B49 östlich der Anschlussstelle zur A5, soll eine komplett neue Straße als Ortsumgehung gebaut werden, mitten in die Landschaft, über Wiesen, Äcker und durch die Feuchtniederung der Josserlau. Sie würde dort beginnen, wo sich A5 und B49 kreuzen. Aus der bisherigen Einmündung der Auf- und Abfahrt entstünde eine Kreuzung mit vier statt bisher drei aufeinandertreffenden Straßen. Von dort ginge es auf einem hohen Damm plus Brücke über Wieseck, Bahn und Radweg R7 nach Süden und weiter in einer langen Kurve entlang des beliebten Spazierweges um den bewaldeten Nonn. Dieser hätte auf der kompletten Länge zukünftig die Schnellstraße direkt vor der Nase. Das gilt auch im weiteren Verlauf Richtung Osten für die Kirschberg-Grundschule und das davor gelagerte Wohngebiet. Unterhalb der Wohnhäuser kreuzt die B49 die Straße nach Burkhardsfelden. Geplant ist eine leichte Verschwenkung mit Kreisverkehr. Dann geht es weiter, immer auf dem Südhang, an dessen Fuß die vollständig als FFH und teilweise als Naturschutzgebiet ausgewiesene Josserlau liegt. Direkt neben der bisherigen Straße nach Hattenroth, die in diesem Abschnitt zum Feldweg degradiert wird, erreicht der Neubau seinen tiefsten Punkt und schwenkt dann, dicht am Naturschutzgebiet vorbeiführend wieder Richtung bestehender B49. Auch hier ist ein Kreisverkehr vorgesehen, um den Verkehr Richtung Hattenroth aufzunehmen. Der wird laut Planung deutlich zunehmen, auf das Zweieinhalbfache. Vom Kreisel geht es nun wieder bergauf. Die B49 muss den Höhenzug überwinden, auf dem das Martinsheim, einige Wohngebäude am Ortsrand von Lindenstroth und der Sonnenhof mit seinen vielen Pferden liegen, die allesamt von der Baumaßnahme stark betroffen wären. Verläuft die Straße im Tal auf einem hohen Damm und dann als Brücke über den bestehenden Feldweg, ist im oberen Bereich ein tiefer Einschnitt in die Bergkuppe vorgesehen. Durch diese künstliche Schlucht trifft die neue B49 dann kurz vor Sarsen auf den bisherigen Streckenverlauf. Hohe Dämme und Einschnitte würden die neue Straße ohnehin auszeichnen. Die Schnittzeichnungen aus den Straßenplanungen zeigen die starken Erdbewegungen. Das Wieseckteil wird komplett zerschnitten. Wie Straßenbau andere Verkehrsträger behindert, zeigt sich hier auch an der zukünftigen Bahnbrücke, für eine Elektrifizierung ist sie zu niedrig. Im weiteren Verlauf werden kleinere Höhenunterschiede ausgeglichen, bis dann unterhalb des Martinsheims und direkt am Pferdehof hohe Dämme aufgeschüttet werden, die von beiden Seiten die Sicht und damit auch den heutigen, schönen Blick ins Tal versperren. Mit diesem Bauwerk und dem geplanten neuen Gewerbegebiet an der Bersröder Straße wird Reiskirchen rundherum von Beton, Asphalt, Lärm und Staub eingekreist sein. Lindenstroth hätte neben der Industrieanlage im Norden dann auch im Süden seinen Natur- und Erholungsraum ruiniert. Es bleibt ein Rätsel, wie eine Kommune derart verbissen an der eigenen Verschandelung arbeiten kann, und das seit Jahrzehnten und weitgehend im Konsens der offenbar kollektiv betonversessenen Parteien. Warum soll dieses monströse Bauwerk errichtet werden, obwohl es jeder Vernunft widerspricht? Es passt einfach zu der überall vorherrschenden Verkehrspolitik, die neue Straßen baut und Bahnlinien vernachlässigt. Ganz besonders passt es zur Gemeinde Reiskirchen. Die fördert seit Jahrzehnten völlig einseitig die Infrastruktur für Autos und weist ständig zum Teil Vogelwild, neue Gewerbe- und Baugebiete aus. So kommt der Verdacht auf, dass die neue Straße neue Standorte erschließen soll. Geht es insgeheim auch um eine Erweiterung des bestehenden Gebietes, nun aber südlich der Bahnstrecke? Immerhin hat das Gemeindeparlament bereits beschlossen, Photovoltaikanlagen entlang aller Straßen zuzulassen. Jede Anlage darf bis zu 20 Hektar groß sein. Solche Motive werden im Planungsprozess für die B49 verschwiegen. Stattdessen behaupten die BefürworterInnen des Neubaus, der Autoverkehr würde stark steigen und der Bau deshalb unerlässlich zur Entlastung der AnwohnerInnen und anderer Straßen. Die Szenarien für den ständig zunehmenden Verkehr finden sich an verschiedenen Stellen, so in der Planfeststellung. Die Verkehrsuntersuchung November 2005 geht ohne den Bau der Ortsumgehung von einer Verkehrszunahme bis zum Prognosejahr 2020 von 23 bis 33 Prozent aus. In der Analyse von 2005 hat die B49 östlich von Lindenstroth rund 9100 Kfz pro 24 Stunden, die bis zum Verlassen des Untersuchungsraumes westlich von Reiskirchen auf über 15.800 Kfz pro 24 Stunden zunehmen. Bis zum Prognosezeitpunkt 2020 wird der Verkehr um weitere rund 32 Prozent zunehmen. Was das in Zahlen bedeutet, erklärt die Projektbeschreibung des Bundesverkehrswegeplans im Internet. Die Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2011, Planfeststellung, weist im Analysejahr 2005 für die Ortsdurchfahrt Reiskirchen Mitte 12.630 Kfz pro 24 Stunden und für die Ortsdurchfahrt Lindenstroth zehnt aus N75 Kfz pro 24 Stunden aus. Bis zum Prognosejahr 2020 wird das Verkehrsaufkommen in Reiskirchen Mitte auf 16.800 Kfz pro 24 Stunden und in Lindenstroth auf 13.900 Kfz pro 24 Stunden ansteigen. Diese Prognosen für erhebliche Steigerungen gegenüber den gezählten Verkehrsmengen im Jahr 2005 wurden dem Planverfahren zugrunde gelegt. Doch so ehrenwert damit die Motive des Straßenbaus für den Schutz der AnwohnerInnen klingen, diese Prognosen sind maßlos übertrieben und zu großen Teilen frei erfunden. Sie sind so falsch, dass es schwer fällt, an einen Irrtum zu glauben, der zudem fahrlässig nicht korrigiert wurde. Denn dass Behörden und PlanerInnen wussten, dass ihre Zahlen völlig falsch sind, ist belegt. Schließlich überprüften sie diese im Jahr 2014 selbst und stellten fest. Zusammenfassend kann die zwischenzeitlich eingetretene Belastungsentwicklung als stagnierend, an einigen Querschnitten mit einer Tendenz zu geringen Abnahmen bezeichnet werden. Statt Wachstum von 33 Prozent also eine leichte Abnahme. Das hätte Konsequenzen haben müssen, aber Gemeindeverwaltung und die von der Autolobby beeinflussten Behörden hielten stur am Vorhaben fest. Dabei wurden die Behörden und ihre Zuarbeiter schon 2008 auf die fatalen Rechenfehler hingewiesen, nämlich von den GutachterInnen des Ingenieurbüros Regioconsalt. Seit 2000 hat der Verkehr an der B49 sowohl in östlicher als auch in westlicher Richtung sogar um mehr als 8 Prozent abgenommen. Im Schwerverkehr ist der Rückgang innerhalb dieser fünf Jahre noch erheblich ausgeprägter, er beträgt 16 Prozent westlich, beziehungsweise fast 30 Prozent östlich. Abseits des Autobahnnetzes gibt es im Untersuchungsraum also offensichtlich keine Wachstumsimpulse für den Verkehr. Diese Entwicklung ist in der Verkehrsuntersuchung B49 in von Vertec völlig unberücksichtigt geblieben, wie die Prognosebelastungen im Vergleich zur Analysebelastung zeigen. Denn dort sind Zuwächse von bis zu 33 Prozent prognostiziert, die sich aus der bisherigen Entwicklung keinesfalls ableiten lassen. Die Reaktionen der Institutionen sind unfassbar. Sie ignorierten die Kritik nicht nur, sondern verlachten die GutachterInnen als so inkompetent, dass sie deren warnende Daten nicht beachten müssten. Die Ausarbeitungen des Büros RegioConsult weisen grundlegende methodische und inhaltliche Fehler auf. Bereits die Behauptung, es werde in der Planfeststellung unzulässig eine Trendprognose verwendet, ist unzutreffend, ebenso Aussagen zu angeblichen Fehlern in der Modellbildung. Da sämtliche Schlussfolgerungen des Büros auf diesen unzutreffenden Grundannahmen basieren, ist keine der dort vorgenommenen Schlussfolgerungen begründet. Heute wissen wir, wie richtig die GutachterInnen lagen und wie falsch die offiziellen Prognosen waren. Die Arroganz, mit der Zweifel und Fakten weggewischt wurden, erschüttert, zeigt sich aber auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Umgang mit Betroffenen, wie später noch gezeigt wird. Wir bleiben aber erstmal bei den nackten Zahlen. Schon 2005, also von Beginn an, wussten die PlanerInnen, dass die Verkehrsmengen im Ortsbereich von Reiskirchen seit einiger Zeit abnahmen. Zum einen kannten sie die Zahlen der alle fünf Jahre durchgeführten offiziellen Straßenverkehrszählungen, SVZ. Außerdem zählten sie selbst und zeichneten die Abnahme korrekt in ihre Kurve der Kfz-Zahlen ein, aber machten dann einfach mit ihrer durch nichts begründeten Erwartung weiter, dass der Verkehr in der Zukunft doch kräftig ansteigen würde. Das nächste Mal wurden sie 2008 durch das Planungsbüro RegioConsult widerlegt und wischten das, wie gezeigt, weg. 2010 erschienen die nächsten Daten aus der allgemeinen Straßenverkehrszählung. Wieder war der Verkehr zurückgegangen, diesmal sogar sehr deutlich. Nicht einmal mehr die Hälfte der Prognosezahlen wurde erreicht. Doch erneut erwiesen sich Behörden, Gemeinde und Autolobby als faktenresistent. Ihr Trick, sie verglichen die Zahlen mit der Entwicklung auf anderen Bundesstraßen und schlossen daraus, dass selbst die offiziellen Zählungen an der B49 fehlerhaft sein müssten. Die allgemeine Straßenverkehrszählung 2010 kann im Planungsgebiet der Verkehrsuntersuchung aufgrund unplausibler Belastungen über proportional starke Verkehrsabnahmen für weitere Auswertungen nicht herangezogen werden. Sprich, Fakten, die dem politischen Ziel widersprechen, werden ignoriert. Das ist umso überraschender, als die Zahlen von Hessen Mobil stammen und die sind Teil der Planfeststellungsbehörde selbst, nämlich dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Die Behörde erklärt also ihre eigenen Zählergebnisse als unplausibel, nur um sie nicht beachten zu müssen und am Straßenneubau festhalten zu können. Das ist grobe Fälschung. Fest steht damit, die niedrigeren Zahlen der GutachterInnen und der offiziellen Verkehrszählung sind absichtlich nicht in die Planung aufgenommen worden. 2014 geschah das dann sogar mit den Ergebnissen eigener Zählungen der Straßenbauer. Spätestens ab diesem Jahr hatte die gesamte Planung keinerlei Grundlage mehr. Die Reißleine hätte gezogen werden müssen. Dass das nicht geschah, hat viele Folgen. Verkehrsberuhigende Maßnahmen an der vorhandenen B49 und ein energischer Einsatz für bessere Bus-, Bahn- und Fahrradverbindungen unterblieben in der Erwartung des Neubaus. Vor allem aber ist die Planfeststellung nicht nur rechtswidrig, sondern schlicht nichtig, weil sie auf falschen Annahmen beruht und das den PlanerInnen und Behörden bekannt war. Dabei scheinen sogar die deutlich niedrigeren Zahlen der offiziellen Verkehrszählungen noch zu hoch, zumindest für den Abschnitt Reiskirchen. Denn überall anders entlang der B49 nahmen die Zahlen auch nach 2010 weiter ab. Nur auf dem Abschnitt, der durch den Neubau ersetzt werden soll, stiegen sie plötzlich. Aber wie soll das gehen, dass die Automengen vor und hinter Reiskirchen von 2015 auf 2021 sanken, aber zwischen Reiskirchen und Lindenstroth wuchsen? Sind die Autos da immer im Kreis gefahren? Minus 13,56 Prozent auf der B49 westlich Reiskirchen und minus 8,98 Prozent östlich, aber dazwischen plötzlich plus 8,91 Prozent. Wie geht das? Wurde auch hier manipuliert? Eine mögliche Erklärung bietet der Blick in die Planungsunterlagen für den Straßenneubau. 9000 Kraftfahrzeuge pro Tag sollte die Umgehungsstraße von der bisherigen B49 abzweigen. War es der Straßenbaulobby peinlich, dass es so viele Autos nicht einmal mehr insgesamt auf der Strecke gab? Letztlich kann dieser Verdacht dahin stehen. Denn selbst wenn die unter Manipulationsverdacht stehenden 9154 Fahrzeuge zugrunde gelegt werden, sind das deutlich weniger als die prognostizierten 13.100 bzw. 16.800 Fahrzeuge. Besonders stark abgenommen haben laut eigenen Zahlen der Straßenbauer die Durchfahrten von LKW. Das bedeutet ebenfalls eine wichtige Verbesserung der Lage. Der Autolobby ist also bekannt, dass die Zahlen nicht stimmen. Sie hielten aber an ihrem Plan fest und produzierten zur Begründung die schon gezeigte, absurde Grafik. Es riecht nach einer absichtlichen Manipulation. Damit aber wäre das Festhalten an der Planung ein rechtlich nicht haltbares, verantwortungsloses Manöver gegen Mensch und Natur. Wir wollten das genauer wissen und zählten selbst, zunächst in Lindenstroth 14 Tage lang mit einem automatischen Zählgerät sowie zwei Nächte und einen Tag per Hand zur Kontrolle. Automatische und händische Daten stimmten präzise überein und seitdem wissen wir sicher, dass die Zahl der Autos auf der B49 nicht gestiegen, sondern im Gegenteil deutlich zurückgegangen ist. Nämlich von den im Planverfahren festgestellten 10.075 Fahrzeugen pro Tag auf 7.417 Autos, LKW, Busse und Zweiräder. Das ist ein starker Rückgang. Vor allem ist es aber ein dramatischer Unterschied zu den Prognosezahlen. 7.417 statt 13.100 Autos. Das ist eine Überschätzung von 76,62%. Auch in Reiskirchen wollten wir selbst überprüfen, was von den prognostizierten 16.800 Autos pro Tag zu halten ist, und zählten ebenfalls. Die Abweichung ist ähnlich groß, auch wenn die Zahlen in Reiskirchen wegen der Nähe zur Autobahn erwartungsgemäß höher lagen. Ausgangswert ist wieder die Zählung der Straßenbauverwaltung von 2005. Damals fuhren 12.630 Autos pro Tag durch den Ort. Bei unserer Zählung waren es durchschnittlich nur noch 10.413, also erneut ein Rückgang statt der im Plan angenommenen Steigerung. Die dort genannten 16.800 Kfz pro Tag sind um 61,34% übertrieben. Unsere Zählung lieferte den endgültigen Beweis. Die ganze Planung des B49-Neubaus basiert auf der bloßen Fantasie der Autolobby. Die Prognosezahlen sind reine Hirngespinste, für die aber Millionen verbaut und Landschaften zerstört werden sollen. Und noch etwas fiel uns auf, abends und vor allem nachts sowie am Wochenende war der Verkehr sehr gering. In den Stunden nach Mitternacht kam alle 10 Minuten ein Auto vorbei. Das ist für die AnwohnerInnen eine gute Nachricht. Die große Belastung konzentriert sich auf die jeweils zwei bis drei Stunden des Berufsverkehrs. Die übereinstimmend von uns und bei den alle fünf Jahre durchgeführten offiziellen Zählungen festgestellte Abnahme der Verkehrsmengen ist übrigens nicht überraschend. So nimmt die Bevölkerung im Vogelsberg seit längerem ab, das heißt, von dort kommen weniger PendlerInnen nach Gießen oder Richtung A5-Auffahrt. Diese Entwicklung wird sich noch verstärken. Die offiziellen Prognosen nennen für den Vogelsbergkreis einen weiteren Rückgang von mehr als 10%. Der zweite Grund ist die Autobahnabfahrt Grünberg. Sie wurde im Jahr 2004 fertiggestellt, als die Planungen für die Umgehungsstraße schon weit vorangeschritten waren. Jetzt kann von Grünberg auf die A5 aufgefahren werden, ohne Reiskirchen und Lindenstroh zu passieren. Ein Effekt, der durch verkehrsberuhigende Maßnahmen in diesen Orten weiter verstärkt werden kann. Drittens hat sich seit dem Zeitpunkt der Planung auch im Westen von Reiskirchen einiges verändert. Die ehemals landwirtschaftlichen Flächen wurden mit einem Autohof, McDonalds, Supermärkten und anderem typischen Autoabfahrtsgewerbe zugebaut. Eine neue, jetzt deutlich außerhalb von Wohnbereichen liegende Kreuzung leitet den Verkehr dorthin ab. Der Ortskern wird entlastet. Allerdings lösten diese Wucherungen neuer Baugebiete auch zusätzlichen Verkehr innerhalb von Reiskirchen aus, denn zu den für die örtliche Bevölkerung wichtigen Lebensmittelgeschäften führen keine oder nur unattraktive Fuß- und Radwegeverbindungen. Den dadurch gestiegenen Binnenverkehr könnte eine Umgehungsstraße nicht aufnehmen. Gleiches gilt für den schnell wachsenden, größten Arbeitsgeber der Gegend, die Firma Weißtechnik in Lindenstroth. Sie liegt auf der Nordseite des Dorfes, die Umgehungsstraße wird hier also keine Vorteile bringen. Dem Bundesrechnungshof war die nachlassende Bedeutung der B49 schon vor vielen Jahren aufgefallen. Er schlug damals vor, den Abschnitt von Gießen Richtung Osten zur Landesstraße zurückzustufen. Diese ganzen Zahlen mögen ermüden, aber sie sind wichtig und vor allem eindeutig. Eigentlich müsste das bisher Dargestellte reichen, um die klare Konsequenz zu ziehen. Kein Neubau der B49. Schluss mit der Manipulation durch frei erfundene Verkehrsmengen. Die realen Zahlen sind viel niedriger und die Autos würden auch nicht, wie behauptet wird, überwiegend auf der neuen Trasse fahren. Ganz im Gegenteil, der Hauptteil würde auf der bisherigen Straße bleiben, und das wissen die Planerinnen und Behörden auch selbst. Denn die folgenden Zahlen stammen wieder einmal von ihnen selbst. Sie zeigen, dass fast 90% der Autos, die auf der B49 von Westen nach Reiskirchen einfahren, in Reiskirchen und Grünberg auch ihr Ziel finden. Im Erhebungsjahr erreichten ca. 9000 Fahrzeuge von Westen den Ortsrand Reiskirchens. Knapp 2000 von ihnen bogen aber schon an der damals noch ersten großen Kreuzung ab und kamen nicht zu den Wohnhäusern im Ortskern. An den weiteren Abbiegungen, vor allem in die Bersreuder Straße, verringerte sich der Verkehrsstrom weiter. Nur noch ca. 6000 Autos pro Richtung, also bereits ein Drittel weniger, passierten den Ortskern. Bis Lindenstroth verringerte sich dieses Verkehrsaufkommen weiter auf gut 5000 Fahrzeuge pro Richtung, von denen wiederum knapp 700 in Richtung der Firma Weißtechnik und über 500 an anderen Stellen im Ort abbogen. Als die Planungen für den Neubau erstellt wurden, war also bereits klar, dass über die Hälfte des Verkehrs die Umgehungsstraße wegen ihres Zieles im oder nördlich des Ortes nicht würde nutzen können. Dieser Effekt hat sich bis heute verstärkt, wie unsere aktuellen Zählungen im Frühjahr 2024 zeigten. Die Verkehrsmengen nahmen insgesamt ab und ein noch größerer Anteil verbleibt im inzwischen über die 10.000 Einwohner-Innenmarke gewachsenen Reiskirchen, biegt dort ab oder hat die deutlich gewachsene Firma Weißtechnik als Ziel. Das alles war auch für StraßenplanerInnen, Behörden und Gemeinde kein Geheimnis. In den Nachuntersuchungen von 2014 wurden durch Reiskirchenfahrende nach ihrem Ziel befragt. Im Ergebnisbericht wird die Gesamtzahl der Fahrzeuge benannt, die von Westen nach Reiskirchen kommen. Es ist ungefähr die gleiche Verkehrsmenge wie zum Beginn der Planungen, als noch riesige Steigerungen prognostiziert wurden. Dann wird aus den Befragungsergebnissen berechnet, wie viele Autos im Ort bleiben. Die übrigen Verkehre von ca. 6.000 Kfz pro Tag in dieser Richtung verbleiben in Reiskirchen und Lindenstroth. Schwerpunkte bilden hierbei die beiderseits der B49 gelegenen Einrichtungen von Handel, Dienstleistung und Gewerbe. Das sind fast zwei Drittel aller Autos. Sie haben ihr Ziel in den beiden Orten, die von der Umgehungsstraße umfahren werden sollen, und werden daher weiter die alte Trasse nutzen. Gleiches gilt für alle, die auf die Bersroder Straße oder in Lindenstroth abbiegen, und die, die zwar weiterfahren, aber in Reiskirchen noch schnell etwas erledigen wollen. In der offiziellen Gesamtübersicht ist gut zu erkennen, wie stark der Verkehrsstrom Richtung Osten abnimmt. Die Umgehungsstraße wird maximal die Autos abfangen, die aus Richtung Grünberg, Hattenroth und Burghartsfelden nach Gießen oder zur A5 Auffahrt Reiskirchen wollen. Selbst wenn alle diese die neue Straße nutzen würden, wären das nur wenige Tausend, und der größte Teil von diesen, nämlich der aus Grünberg, könnte ohne Probleme auch die A5 über die ortseigene Auffahrt nutzen. Die Umgehungsstraße bedeutet folglich einen großen und unnötigen Eingriff in die Landschaft, der zudem nur eine geringe Entlastungswirkung brächte. Über die Prognosezahlen, die ohne jegliche Begründung als deutliche Steigerung behauptet wurden, braucht an dieser Stelle nichts mehr gesagt zu werden. Sie sind widerlegt. In der Planung wurden alle Balken einfach nur dicker gemalt. Wer so vorgeht, handelt schlicht willkürlich, damit rechtswidrig und sogar nichtig, weil der Fehler auch denen völlig offensichtlich war und ist, die die Planung erstellten und genehmigten. Wir fordern, Planung und Bauvorbereitung sofort einzustellen. 7.417 Fahrzeuge sind kein ausreichender Grund für einen derart großen Eingriff in die Natur und die weitere Versiegelung von Landschaften. Die Zahl ist schon jetzt so niedrig, dass nicht einmal Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind, wie aus einem gemeindlichen Ausschussprotokoll hervorgeht. Als Grund für einen Straßenneubau scheiden die Zahlen dann ja wohl erst recht aus. Zudem hing der Vergleich der Erwarteten mit den realen Zahlen auch aus einem anderen Grund. Die aktuellen Verkehrsmengen ließen sich nämlich mit anderen Maßnahmen einfacher und schneller senken. Als Basis wird aber immer eine Nullvariante herangezogen. In den Planunterlagen zur B49 meist Planfall oder Variante Null genannt, bei der nichts verändert wird, also keine Verkehrsberuhigung, keine Stärkung der Vogelsbergbahn, keine besseren Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, kein Radwegenetz und keine ortsnahen Versorgungsmöglichkeiten. Die Variante Null belässt den derzeitigen Zustand und führt zu keiner verkehrlichen Entlastung der Ortslagen, sodass die Belastungen für den Siedlungsraum bleiben bzw. sich aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens noch erhöhen werden. Dieser Betrachtungsfall führt mit Ausnahme einer schonenden Lösung für den Natur- und Landschaftsraum nicht zu den gewünschten Planungszielen und wird daher nicht weiter verfolgt. Tatsächlich aber wäre sinnvoller, eine Zukunft mit Umgehungsstraße mit einer Zukunft zu vergleichen, bei der mit der gleichen Geldsumme andere Maßnahmen zur Autoverkehrsreduzierung umgesetzt würden. Dann fiele der Vergleich noch viel schlechter aus für den politisch gewollten Straßenbau. So aber kommt am Ende der ganzen Übertreibungen, Auslassungen, Fälschungen und hinkenden Vergleiche das heraus, was herauskommen sollte. Der Neubau der B49 ist gemessen an den fachplanerischen Zielen des Bundesfernstraßengesetzes objektiv und vernünftigerweise dringend geboten. Die Bagger sollen rollen. Bei den schädlichen Folgen durch den Neubau der B49 liegen Mensch und Natur dicht beieinander. Das Bild zeigt das Naturschutzgebiet Jossolaue im Vordergrund sowie das Martinsheim oben und den Sonnenhof mit seinen Pferdekuppeln. All das würde durch die im unteren Bereich auf einem Damm und oben in einem tiefen Einschnitt verlaufende Straße stark beeinträchtigt. Erholsames Reiten wäre kaum mehr möglich. Für die BewohnerInnen des Martinsheimes würde sich die psychische Belastung durch Lärm, fehlende Aussicht und eingeschränkte Spazierwege vergrößern. Die Jossolaue und zwei nahe Wälder würden von der Umgebung abgeschnitten. Landwirtschaftliche Weide- und Anbauflächen würden unwiederbringlich zerstört. Wie fast immer gehen Planungen dieser Art über die konkreten Betroffenheiten hinweg. Der Nutzen für die Allgemeinheit wird pauschal behauptet und als höherrangig eingestuft. Die Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum für das planfestgestellte Vorhaben ist aus überwiegenden Gründen des Interesses der Allgemeinheit an der Errichtung des Vorhabens gerechtfertigt. Durch das planfestgestellte Vorhaben werden private Belange zum Teil erheblich beeinträchtigt. Jedoch überwiegen die für das Vorhaben streitenden Belange die Inanspruchnahme privaten Eigentums und die Beeinträchtigung der Berufs- und Gewerbeausübung. Ungewöhnlich arrogant ist der Umgang mit dem Sonnenhof in Lindenstroth. Die Existenzgefährdung wird in den Planungsunterlagen nicht bestritten, aber frech behauptet, der Hof würde sowieso bankrott gehen. Eine Existenzgefährdung liegt ausweislich des beiliegenden Gutachtens nicht vor. Insbesondere scheitert eine Existenzgefährdung bereits daran, dass der Betrieb bereits jetzt keinen maßgebenden wirtschaftlichen Ertrag erzielt, also als Gewerbebetrieb bereits heute nicht existenzfähig ist. Wie bei den abenteuerlichen Prognosen der Verkehrszahlen fehlt hier jede Begründung. Zudem dürfte die Tatsache, dass der Hof im Jahr 2024 immer noch existiert, die beste Widerlegung sein. Das war auch 2022 schon klar, dennoch wiederholte der VGH den Unsinn. Bei Betrieben, die ohnehin nicht überlebensfähig sind, ist eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung regelmäßig zu verneinen. Schwer wiegen auch die Eingriffe in die Natur. Der Lebensraum des Bach abwärts seine dämmebauenden Bibers wäre ebenso gefährdet wie der laufende Ansiedlungsversuch des Weißstorches. Andere geschützte Arten sollen, das wird in den Planungsunterlagen offen zugegeben, vertrieben werden, um den Straßenbau nicht zu stören. Im Bereich mit Vorkommen des dunklen Wiesenknopfameisenbläulings ist im Vorlauf zur Baufeldräumung eine Vergrämung durchzuführen. Hierzu sind die Eingriffsbereiche im Sommer vor dem Eingriff so zu mähen, dass zur Flugzeit des dunklen Wiesenknopfameisenbläulings keine blühenden Wiesenknöpfe zur Eiablage zur Verfügung stehen. Die Vergrämung ist durch die ökologische Baubeglärtung zu überwachen und zu dokumentieren. Im Klartext, Vermehrung verhindern, aussterben lassen. Nur ein toter Bläuling ist ein guter Schmetterling, jedenfalls für den Straßenbau. Eine andere geschützte Art soll in künstliche Reservate vertrieben werden, was ökologisch regelmäßig nicht klappt. Im Bereich mit Vorkommen der Zauneidechse ist rechtzeitig vor Durchführung des Eingriffs in den Lebensraum eine Vergrämung in die vorab bereitgestellten Ersatzhabitate durchzuführen. Die stark betroffene Josseler Aue ist nach der Europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt, abgekürzt FFH-Gebiet. Ein Teil ist sogar als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Trasse des B49-Neubaus führt direkt an der Grenze der Schutzgebiete entlang. Die Planungsunterlagen zeigen eindeutig, dass der Wirkungsbereich bis tief in die wertvollen Biotope hineinreicht. Doch für das heilige Auto muss der Naturschutz zurücktreten. Gemäß § 30 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz werden Ausnahmen von dem Verbot einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung von geschützten Biotopen nach § 30 Absatz 2 Nummer 1, 2, 3 und 5 Bundesnaturschutzgesetz zugelassen. Für die Maßnahme A 28 wird vorsorglich die Befreiung gemäß § 67 Absatz 1 Nummer 1 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 5 der Verordnung über das Naturschutzgebiet an der Josseler bei Hattenroth vom 25. Januar 1982 für den Neubau der B49 im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde erteilt. Völlig entwertet würde Reiskirchens wichtigste Erholungszone, der Nonnenköpfel und seine Umgebung. Die Trasse läuft direkt neben dem beliebten Spazierweg am Waldrand. Die dort aufgestellten Bänke böten zukünftig einen perfekten Blick auf die vorbeifahrenden Autos, Lärm und Gestank inklusive. Doch Hessen Mobil redet die Lage schön. Die Naherholungsgebiete sind weiterhin erreichbar. Die Flächeninanspruchnahme der Trasse und die Auswirkungen des Verkehrs auf Natur und Landschaft sind in der Abwägung der Maßnahme berücksichtigt. Nonnenköpfel, Josseler Tal und Josseler Au werden, wie in den Planfeststellungsunterlagen dargelegt, in ihrer Ökologie und damit auch in ihrer Funktion als Naherholungsgebiet nicht maßgebend gestört. Dem Landschaftsbild und dem Erholungswert wurden besondere Beachtung zuteil, um dem relativ ungestörten und unzerschnittenen Voreingriffszustand gerecht werden zu können. Wie verloben all diese Formulierungen sind, zeigt sich daran, dass nicht nur alle Aussagen falsch sind, sondern der Spazierweg am Nonnen, dessen Erholungsfunktion, Zitat, nicht maßgebend gestört, würde, als Baustraße vorgesehen ist, also erstmal einfach verschwinden würde. Stark beeinträchtigt wären zudem das Wohngebiet am Südhang des Kirschberges und die nach diesem Berg benannte Grundschule. Ihr würde der freie Zugang zu unverbauter Landschaft komplett genommen. In den Planungsunterlagen werden Erweiterungspläne für das Schulgelände Richtung Süden benannt. Das dürfte durch die Trasse verhindert werden, betrüge der Abstand doch nur noch 100 Meter. Soweit zu den direkten Schäden. Gleichzeitig würden die versprochenen Vorteile nicht im behaupteten Umfang eintreten. Die Wirkung von Umgehungsstraßen wird fast immer überschätzt oder absichtlich falsch dargestellt. Stets bleibt ein deutlich höherer Anteil des Verkehrs auf der alten Strecke als vorausberechnet. Außerdem erzeugen die attraktiveren Schnellstraßen zusätzlichen Verkehr, der dann sowohl neue als auch alte Straßenführung belastet. Genau das fürchtet die Stadt Grünberg, deren zentrale Kreuzung neben der Höfetränke und die dann folgende Eizfelder Straße schon jetzt stark unter dem vielen Verkehr leiden. Der aber ist in der Hauptsache hausgemacht, sprich Grünberger Binnenverkehr, vor allem zu den verkehrstechnisch schlecht gelegenen Schulen, Freizeit und anderen Einrichtungen östlich der Stadt. Am Rand der Straßen drängen sich FußgängerInnen, Rollstuhl und FahrradfahrerInnen auf schmalen Gehwegen, die noch dazu als Bushaltestellen dienen. Der Grünberger Bürgermeister forderte folgerichtig für den Fall des Baus der Reiskirchener Umgehungsstraße, dass um Grünberg ebenfalls eine solche errichtet wird. Im Bundesverkehrswegeplan ist dieses Bauwerk sogar schon vorgesehen. Wie die weiteren entlang der B49 liegenden Orte reagieren würden, wenn die Verkehrsmengen durch den Neubau wieder steigen, ist noch offen. Im nur wenige Kilometer entfernten Loller zeigt sich, dass Umgehungsstraßen kein wirksames Mittel gegen zu viel Autoverkehr sind. Obwohl dort die B3A mit Abfahrten auf beiden Seiten des Kernortes die gleiche Umlastung wie eine Umgehungsstraße bringen müsste, fahren täglich über 12.000 Fahrzeuge auf der ehemaligen Durchgangsstraße, also deutlich mehr als auf der B49 jetzt. Die alte Trasse soll der Gemeinde Reiskirchen nach dem Neubau geschenkt werden. Die bisherigen Teilstrecken der Bundesstraße B49, die mit der Ingebrauchnahme der neuen Straße ihre Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße verlieren, waren in die Gruppe der Kreis- bzw. Gemeindestraßen abzustufen. Da angesichts der Straßen- und gewerbefixierten Kommunalpolitik in Reiskirchen sowohl der Villa als auch die finanziellen Möglichkeiten fehlen, wird ein umfassender Rückbau vermutlich ausbleiben. Die bisherige Trasse der B49 bliebe also für Autos attraktiv. Wo Betondelken und Wachstumsfetischismus regieren, ist Greenwashing nicht weit. Stets werden zerstörerische Eingriffe mit blumigen Worten beworben. Im Fall des B49-Neubaus ist das vor allem das Versprechen von weniger Lärm für die AnwohnerInnen und einer starken Verlagerung des Autoverkehrs aus den bisherigen Ortsdurchfahrten. Schon das basiert, wie gezeigt, auf falschen Zahlen und willkürlichen Prognosen. Völlig absurd aber mutet der Versuch an, den Bau der monströsen Straße als Aufwertung fürs Fahrradfahren zu verkaufen. Das findet sich bereits in der offiziellen Baubeschreibung. Die derzeitigen und die prognostizierten Verkehrsstärken schränken die Verkehrssicherheit insbesondere für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer stark ein. Die Belastung der Anwohner durch Lärm und Schadstoffe ist erheblich. Durch den Bau einer Neubaustrecke zur Umfahrung der Ortslagen wird sich die Verkehrssituation deutlich verbessern. Der Presse wurden zudem Märchen über schöne neue Radwege erzählt, die diese gutgläubig weitergab. Dabei sind Radwege an Umgehungsstraßen nicht nur besonders gefährlich wegen der dort hohen Geschwindigkeiten bei vielen Kreuzungen, sondern sie sind für RadfahrerInnen auch weitgehend sinnlos, weil der meiste Radverkehr nicht schnell über lange, ortsferne Strecken stattfindet, sondern gezielt zu Orten in der Nähe, die die Umgehungsstraße aber nicht erreicht. Parallel zur B49 verläuft zudem der Radweg R7, der die Orte viel direkter verknüpft. Wie immer ist eine verschleiernde Propaganda ein Teil des Skandals, trotz Artenschwund und Klimawandel weiter Straßen in die Landschaft zu betonieren. Der Neubau der B49 südlich von Reiskirchen und Lindenstroh zerstört wertvolle Landschaften, wird die Gesamtverkehrsmenge in der Region erhöhen und damit die Belastung in nachfolgenden Ortsdurchfahrten weiter östlich steigern. Auch wenn deshalb die Planungen für den Neubau eingestellt werden müssen, reines Nichtstun ist keine Alternative. Dazu ist die Verkehrsbelastung auf der B49 trotz der nachlassenden Verkehrsmenge zu hoch. Für den verständlichen Wunsch vor allem der AnwohnerInnen gibt es aber gute Nachrichten, denn mit deutlich geringerem Aufwand lässt sich viel Verkehr von PKW und LKW auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel verlagern. Dass dies bislang nicht geschah, liegt an fehlendem Weitblick lokaler Verwaltungen und Parteien sowie an der ungebrochenen Autofixiertheit in Landes- und Bundesregierungen. Sie hätten schon längst handeln können, aber setzten jahrzehntelang einseitig auf das Auto, die Folgen sind bekannt. Die im Folgenden genannten Reduzierungsmöglichkeiten für den Autoverkehr würden nicht nur Mensch und Natur entlasten, sondern würden sich auf die Bewertung der Umgehungsstraße auswirken. Denn in dieser wurden nicht nur falsche Zahlen und willkürliche Prognosen verwendet, sondern auch ein sogenannter Planfall 0 als Vergleichsfall, der die Zahlen des Planungszeitraumes nutzt, ohne Verringerungspotenziale einzurechnen. Sinnvoller als Grundlage für Entscheidungen über Straßenneu- und Ausbauten wäre aber ein Vergleich der Lage nach einem Neubau mit Alternativen, nicht mit dem Nichtstun. Solcher Alternativen gibt es im Fall der B49 viele, und sie wären zumindest schneller, billiger und umweltfreundlicher als der Bau einer neuen Straße. Die wichtigste Maßnahme ist eine deutliche Stärkung der Vogelsbergbahn zwischen Gießen und Fulda über Eidsfeld. Denn beide von der B49 durchschnittenen Ortsteile Reiskirchens liegen, wie auch die östlich folgenden Orte Grünberg und Mücke, an dieser Bahnlinie. Die ist zurzeit aber überwiegend eingleisig und wird immer noch mit Dieselzügen betrieben. Statt diese zu stärken, wurden an mehreren Stellen früher vorhandene zweigleisige Abschnitte beseitigt, also die neben dem Hauptgleis verlaufenden Gleise herausgerissen oder abgeklemmt. Diese sind aber für eine Taktverdichtung und für den Wechsel zwischen Schnell- und Nahverkehrszügen nötig. Die gute Nachricht, ihre Reaktivierung kann schnell und ohne großen Aufwand erfolgen. Denn die Bahndämmer und zum Teil auch die Gleise sind auf dem Abschnitt zwischen Gießen-Alterflughafen und Röthgen, in Saasen, in Mücke, Burg, Niedergemünden, Romroth und weiteren Haltepunkten auf dem Weg nach Fulda noch erhalten. Langfristig sind weitere zweigleisige Abschnitte und die Elektrifizierung sinnvoll. Durch diese Ertüchtigung wird die Einrichtung weiterer Haltepunkte möglich, so im Stadtgebiet Gießen, in Röthgen, östlich von Buseck, wo Industriegebiet, Martin-Luther-Schule und Leppermühle über 1000 Fahrtbewegungen pro Tag produzieren, sowie in Lindenstroth. Eine starke Aufwertung würde die Anbindung der Vogelsbergbahn an ein zu errichtendes Straßenbahnnetz in Gießen bringen. Dann könnten von den bestehenden und neuen Haltepunkten die Innenstadt und wichtige weitere Ziele in Gießen direkt erreicht werden. Dieser Vorschlag für eine sogenannte Regiotram wurde schon vor Jahren eingebracht und hätte längst im Planungs- oder gar Genehmigungsstadium sein können, wenn die Politik Verkehrswende und Klimaschutz nicht seit Jahren verschlafen hätte. Laut dem bestehenden Vorschlag für diese Zugstraßenbahnkombination sollten die zum Beispiel in Mücke startenden Nahverkehrszüge über Straßenbahngleise durch Gießen geführt werden, während schnellere Züge mit weniger Stops direkt zum Hauptbahnhof fahren. Das würde auch die Chance beinhalten, Akkuzüge auf der Vogelsbergbahn einzusetzen, die sich im Stadtgebiet aufladen und dann auf den nicht elektrifizierten Strecken im Umland weiterfahren. Auf der so gestärkten Bahnlinie könnten zudem vermehrt wieder Güterwaggons rollen, am besten mit wiederbelebten Beladepunkten für landwirtschaftliche Höfe, zum Beispiel in Mücke. Außerdem sollen Buslinien zeitlich passend und mit barrierefreien Übergängen von den Haltepunkten in die umgebenden Ortsteile fahren, immer kleine Schleifen statt Bahn parallel lange Fahrten Richtung Gießen. Neben dem öffentlichen Nahverkehr muss das Radwegenetz gestärkt werden. Bereits jetzt zieht sich der überregionale Radweg R7 als attraktive West-Ost-Verbindung durch das Wiesecktal. Die Ausweisung als Fahrradstraße in Busseck, eine leicht veränderte Wegeführung vorbei am Reiskirchener Bahnhof und die Entschärfung von Kreuzungen über vielbefahrene Autostraßen würde diese Route weiter aufwerten. Vor allem aber müssen die Ortsteile nördlich und südlich von R7, Bahnlinie und Wiesecktal besser angebunden werden. Hier besteht noch großer Handlungsbedarf. Die konkreten Vorschläge sind aber im Ende 2019 erstmals vorgelegten Verkehrswendeplan für Busseck, Reiskirchen und Grünberg enthalten. Spätestens seitdem liegt die Verantwortung allein bei Politik und Verwaltung, nicht tätig zu werden und damit die Verkehrsbelastung auf der B49 fahrlässig und unnötig hoch zu halten. Die genannten Maßnahmen könnten die Autozahlen auf den Durchgangsstraßen von Reiskirchen, Lindenstroth, Grünberg und weiteren Orten spürbar senken. Verstärken ließe sich dieser Effekt durch eine wirksame Verkehrsberuhigung auf den Straßen. Dazu gehörten durchgängig Tempo 30 in den Ortsbereichen, Kreisel statt größerer Kreuzungen, Förtnerampeln an den Ortseingängen und Querungshilfen bei wichtigen Fußverbindungen. Das würde den verbleibenden Autoverkehr noch stärker auf die A5 abdrängen, die parallel zur B49 verläuft und daher schon jetzt wie eine Umgehungsstraße fungieren könnte. Immerhin, im Sommer 2024 verhängte die Straßenverkehrsbehörde endlich ein Tempo 30 für etliche Abschnitte der B49 in Reiskirchen, leider mit einer Befristung bis zur Fertigstellung der Umgehungsstraße. So könnte der Bau die Lage an der jetzigen B49 sogar verschlechtern. Wer Tempo 30 will, muss folglich die neue Straße verhindern. So dann hilft eine bessere, ortsnahe Versorgung der Bevölkerung. Wenn es wieder Einkaufsmöglichkeiten, Kultureinrichtungen, Arztpraxen, Kindergärten und so weiter auf den Dörfern gibt, fallen viele Gründe für längere Fahrten weg. Wege unter 5 Kilometer sind mit Fahrrad oder zu Fuß dann nicht nur umweltfreundlicher und gesünder, sondern oft auch schneller. Kreative Neuerungen wie Selbstbedienungsverkaufsstellen oder Verteilkooperativen für regionale Produkte, aufsuchende medizinische Betreuung und vieles mehr bieten Chancen, die längst hätten ergriffen werden können, aber nicht angepackt wurden. Geht es der Politik überhaupt um das Wohl der BürgerInnen, wie sie es immer behaupten? Sie haben die Menschen an der B49 und in den umliegenden Orten bis heute im Stich gelassen, nur um die Straßen und Autolobby zu bedienen sowie weiteres Gewerbe anzuziehen. Mensch und Natur geraten bei einer solchen Politik unter die Räder, hier durchaus wortwörtlich. Der Neubau der B49 wird, wenn er durchgezogen wird, auf veralteten Zahlen und absurd überzogenen Prognosen beruhen. Er wird den bisher unverbauten Süden Reiskirchens ruinieren, Erholungsräume und Biotope zerstören, Arten verdrängen, Menschen und ihre Wirkungsstätten vertreiben. Und zu alledem wird der Neubau das behauptete Ziel, die Ortsdurchfahrt deutlich zu entlasten, nicht erreichen. Es wird Zeit, sich dem Wahnsinn zu widersetzen. PolitikerInnen schwören, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sie brechen solches Gelübde Tag für Tag um der Macht ihrer Klientel und des Geldes wegen. Wenn die Bagger rollen, ist es vielleicht zu spät. Widersetzen wir uns der neuen Flut von Beton und Asphalt. Die Josseler Aue und die Menschen in Reiskirchen sind es wert, das noch nicht Zerstörte zu retten und in den schon überbauten Bereichen die Lebensqualität wieder Stück für Stück zurückzugewinnen. Die Josseleri der Halter Die Josseler Aue und die Menschen in Reiskirchen Die Josseler Aue und die Menschen in Reiskirchen sind auch angekаче 품 Die Jock in Reiskirchen- осв